ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das war Dr. Neo Cortex. 10 bis 10. Die grünen kann ich zurückschleudern. Okay, die blauen kommen noch mal zurück. Spring schleudern. Wo? Moment. Was? Ah. 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 Brauche ich jetzt schon zwei? Oh mein Gott. Hä? Ich hab doch gedrückt! Boah, das ist so ein Mixer, der Cortex, ne? Zack. Weg noch einfach. Zack. Oh Leute, jetzt brauche ich drei. Zack, oh die Fresse. So, Cortex. Oh mein Gott. Noch einmal, Cortex, dann habe ich dich. Zack, easy, easy. Easy. Yee-haw. Yee-haw. Das war's. Printed and delivered by Naughty Dog. Ja, das war jetzt so gesehen das erste Hin- und Herlaufen. Ähm, wie man merkt, also bei dem Teil haben sich die Macher noch nicht wirklich so ins Zeug gelegt. Wenn man sich überlegt, was die Macher aus 2 und 3 und überhaupt dann noch rausgehauen haben. Also Naughty Dog hat sich da noch richtig, richtig ins Zeug gelegt. Und äh, bin ich auch sehr sehr froh darüber, dass sie das noch gemacht haben. Wie gesagt, das Crash Bandicoot 3 hat wirklich meine Kindheit geprägt. Irgendwann habe ich mir dann sogar noch 2 und 1 geholt. Aber eins habe ich leider nicht mehr durchgespielt, weil das dann schon in die Zeit reinging, wo ich mir dann Nintendo 64 geholt habe. Und die Playstation 2 ja auch schon draußen war. Und da gab es nicht mehr so wirklich Playstation 1. Da war es schon schwer durch die Spiele zu kriegen. Aber ich bin mir jetzt froh, dass ich es endlich einmal durchgespielt habe. Mir fehlen natürlich jetzt auch die 100%. Da will ich mich aber natürlich noch wiederum kümmern mit euch zusammen. Und äh, weil es sind ja unerforschte Gegenden. Und die will ich natürlich noch mit euch zusammen erforschen. Und... Man merkt, dass ich müde bin. Äh, und ja, wir warten jetzt natürlich, bis das... Äh, und die ganzen... Äh, ja, bis die Credits weg sind. Oh, in Memory, das heißt, jemand ist gestorben. Oh, ne, das ist aber traurig. So, vorbei. Ähm, Start. Was ist, wenn ich jetzt sage, äh, Load Game? Hat er das dann gespeichert? 61% Was? Du verarschst mich doch jetzt. Gut, okidoki. Ich gucke mich dann jetzt erstmal, wie gesagt, nochmal so ein bisschen rein, um zu gucken, wie man wirklich die 100% hier erreichen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, äh, irgendwas mal wieder. Hopperein, bis später. Ciao. So, Leute, ich bin jetzt, wie gesagt, nochmal in dem Level drinnen. Und ich, äh, weiß jetzt ungefähr, wie man es vielleicht hilft. Ich check das mal ab. Also, mal normalerweise soll man nicht ein einziges Mal sterben. Und, äh, soll alle Kisten einsammeln. Ich versieg das jetzt natürlich mal. Und ihr werdet aber alles im Timelapse sehen. Also bis später. Bis später. Das ist ja aberümanisch, Sie müssen bazioni. Ich spreche hier welchen Lait lado. Du kannst arbitren. Du k bist. Ich spreche eine Unter Sensorde. Du k which hast viele Probleme delay. Hol, ich bin nur noch einiges Mal. Du kIGner kann mal Dich, ja! Was haben wir da? 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 Was haben wir da?